Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute im vierten und letzten Teil meiner Serie zu komplexen Zahlen in Google Sheets möchte ich dir zeigen, wie du mit trigonometrischen Funktionen und komplexen Zahlen rechnen kannst in Google Sheets. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch weitere Tutorials und die ersten drei Teile zu den komplexen Zahlen in Google Sheets. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! In den ersten drei Teilen habe ich dir ja schon einige Funktionen rund um komplexe Zahlen in Google Sheets gezeigt und der Aufbau meiner Beispieltabelle hier ist wie in den anderen drei Videos auch. Wir haben hier oben noch einmal den Real-Imaginär-Teil von den komplexen Zahlen, die ich hier als Beispiel habe und dann wie hier eben daraus die komplexe Zahl zusammengebastelt wird. Und hier unten habe ich dann wieder die verschiedensten Funktionen vorbereitet, die es eben noch für komplexe Zahlen gibt. Und hier lasst euch bitte nicht von den Hashtag-NV-Fehlern beirren, sondern das Ganze wird dann eben angezeigt mit Hilfe der Formular-Text-Funktion, welche Funktion dann hier gleich in unseren Rechnungen drinsteht, damit wir da immer den Überblick haben und ich das eben euch auch zeigen kann. Und ich habe ja schon angekündigt, dass es heute um die trigonometrischen Funktionen geht in Google Sheets mit Hilfe der man eben dann mit komplexen Zahlen auch rechnen kann. Also einen Sinus zum Beispiel von einer komplexen Zahl zu berechnen und dafür gibt es dann die Funktion, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, IMSIN, also Imaginary Sinus-Funktion. Und dann könnt ihr quasi die Klammer auftippen und dann klickt ihr auf eure Zelle, in der eure komplexe Zahl steht und ihr schließt dann die Klammer und am Ende berechnet Google Sheets dann eben den Sinuswert von eurer komplexen Zahl und das Ganze ist dann hier eben diese lange Zahl mit den langen Nachkommastellen. Aber das Wichtige ist, dass ihr eben die Funktion ist gleich IMSIN, Klammer auf, und dann eben eure Zelle eintragt und die Klammer schließt. Dadurch wird dann eben der Sinus berechnet. Das Ganze gibt es natürlich auch für den Cosinus, das Ganze nennt sich dann IMSIN, also für den Cosinus und das funktioniert dann genau gleich. Ihr tippt eure Klammer auf, klickt eure komplexe Zahl an, schließt die Klammer und schon wird hier quasi der Cosinuswert ausgerechnet und das Gleiche gilt natürlich auch für den Tangens. Und die Funktion heißt dann I-M-T-A-N und dann könnt ihr auch wieder eure komplexe Zahl anklicken, schließt die Klammer und es wird der Tangens eben hier berechnet mit Hilfe der Imaginary Tangens-Funktion. Und ihr habt natürlich nicht nur den Sinus, Cosinus und Tangens, sondern ihr habt auch noch den hyperbolischen Sinus, Cosinus und Tangens und die Funktionen nennen sich dann eben auch, wir beginnen dann auch mit ist gleich I-M, S-I-N aber noch mit dem H am Ende und dann könnt ihr hier eben auch eure komplexe Zahl wieder auswählen und Enter drücken. Das Ganze wird dann eben auch hier wieder berechnet. Das Gleiche gilt natürlich für den hyperbolischen Cosinus, der endet dann auch mit C-O-S und einem H. Dann könnt ihr wieder die Klammer öffnen und eure komplexe Zahl eintragen und dann wird das Ganze ausgerechnet und der hyperbolische Tangens genau das Gleiche, eben I-M-T-A-N-H für den hyperbolischen Tangens und dann könnt ihr dort hier eben auf eure komplexe Zahl klicken und die Klammer schließen, Enter drücken und schon wird das Ganze ausgerechnet und damit könntet ihr dann natürlich auch eben noch weiterrechnen mit den ganzen anderen Funktionen, die ich euch in den ersten drei Teilen auch schon vorgestellt habe. Und dann gibt es natürlich noch den Cotangens und den hyperbolischen Cotangens. Die gibt es auch als extra Funktion für die imaginären Zahlen. Das Ganze nennt sich dann I-M-C-O-T für den Cotangens. Und dann könnt ihr dann auch einfach eine komplexe Zahl auswählen, die Klammer schließen und Enter drücken. Und dann gibt es noch den hyperbolischen Cotangens und das ist dann natürlich die Funktion, da ist Google Sheets ja Gott sei Dank relativ einheitlich, was die Funktionsbenennung angeht. Das ist dann eben I-M-C-O-T-H für den Imaginary Cotangens hyperbolikus und da könnt ihr dann auch wieder die Klammer öffnen. Wählt eine komplexe Zahl aus, schließt die Klammer und drückt Enter und schon wird das Ganze ausgerechnet. Es gibt dann natürlich auch noch den Cosekans und den Seekans und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wie das Ganze abläuft. Aber da eben diese Serie über die komplexen Zahlen vollständig sein soll, habe ich die Funktionen hier eben auch noch mit aufgenommen. Und es sind eben wirklich auch insgesamt sehr viele Funktionen. Es sind glaube ich insgesamt 25 oder 26 Funktionen, die es zu den komplexen Zahlen in Google Sheets gibt. Und das wollte ich eben nicht alles in einem Video zeigen, deswegen die verschiedenen Teile. Und ich dachte mir, dann mache ich hier in einem letzten Video noch die ganzen trigonometrischen Funktionen. Und der Cosekans, der kann mit der Funktion imcsc ausgerechnet werden, den Cosekans, und dann könnt ihr quasi die Klammer öffnen, ihr wählt eine komplexe Zahl aus, schließt wieder die Klammer und es wird eben berechnet. Das Ganze ist eben immer genau das Gleiche. Das Gleiche gilt natürlich für den hyperbolischen Cosekans, das ist gleich imcsch für den hyperbolischen Cosekans. Wählt ihr dann auch wieder eine komplexe Zahl aus, schließt die Klammer und schon wird das Ganze hier wieder eingetragen. Das Ganze funktioniert dann natürlich für den Cosekans auch genau gleich. Das ist ja etwas redundant in dem Video, aber ich wollte das eben einmal komplett alles zeigen und nicht nur sagen, dass es das noch gibt, sondern ich wollte es eben auch zeigen. Und die Cosekans-Funktion ist dann eben ist gleich imsec. Für den Cosekans, ihr tippt eine Klammer auf, wählt eine komplexe Zahl aus, schließt die Klammer und drückt Enter, damit das Ganze dann eben ausgerechnet wird. Und für den hyperbolischen Cosekans könnt ihr euch denken, wie das Ganze funktioniert. Das ist dann eben imsech. Ihr wählt wieder die komplexe Zahl aus, Klammer schließen und Enter. Und schon wird hier quasi der gesamte Wert ausgerechnet. Und das sind quasi dann am Endeffekt alle trigonometrischen Funktionen, die ihr für eure komplexen Zahlen in Google Sheets zur Verfügung habt. Und somit könnt ihr nicht nur Sinus und Cosinus und Tangens berechnen, sondern eben auch die hyperbolischen Sachen und eben auch den Cotangens, Cosekans und den Secans. Und deswegen habt ihr hier noch einmal insgesamt, wie viele trigonometrische Funktionen sind das? Zwölf trigonometrische Funktionen. Das ist schon krass. Die ihr hier eben zur Verfügung habt in Google Sheets, um auch mit komplexen Zahlen zu rechnen. Und das waren dann quasi auch schon alle Funktionen für die komplexen Zahlen. Und somit endet auch diese Videoreihe für die komplexen Zahlen in Google Sheets. Schreib mir bitte unbedingt in die Kommentare, wie dir das gefallen hat, dass ich das Ganze in eine Serie geteilt habe. Gefällt dir das besser? Oder hätte ich lieber alle 25 Funktionen in einem Video zeigen sollen zu komplexen Zahlen? Schreib mir da gerne Feedback in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich, dass ich dir mit dieser Serie weiterhelfen konnte. Wenn du keine neuen Tutorials verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao.